Packbar Hände In die schulterbreite Position kommen, die Handinnenflächen zeigen nach oben, die rechte Hand liegt in der linken drin. Auf links verlagern, die rechte Hand kommt zum Rücken. Auf rechts verlagern, die rechte Hand kommt nach vorne, über den Kopf wieder zur Seite, unter die linke. Dann die linke Hand auf den Rücken, auf rechts verlagern, auf links verlagern, dann kommt die Hand vor, über den Kopf wieder rotieren zur Mitte. Wir verlagern nach links und drehen nach rechts, verlagern nach rechts und drehen nach links und verlagern dann wieder in die Mitte. Bauchnabel dreht in die Mitte. Die Hände umschreiben zwei Kreise. Der erste Kreis steigt von der Hüfte bis zum Kopf. Wir starten hinterm Rücken und dann der erste Kreis bis über den Kopf und der zweite Kreis dann zur Seite runter. Die Bewegung kommt aus dem Zentrum. Das Zentrum führt die jeweils kreisende Hand. In der Schule machen wir das noch ein bisschen dynamischer mit Vorbeugen, aber hier reicht diese einfache Version erstmal aus. Viel Spaß beim Üben!